und damit begrüße ich euch zurück zu einer weiteren folge landes kräfte so ich habe das ding wieder hingestellt und ich habe mal hier ich weiß nicht ob das richtig ist ich habe mal andauernd drauf gedrückt drauf gedrückt drauf gedrückt mit malstand denn hier nur noch dieses hier ich werde es erst mal machen vielleicht findet man denn da irgendwas um die anderen quatze herzustellen deswegen schnell mal nach hause endlich schnell so ein ding her mal sehen ob alles da ist ja war ja wieder klar was brauchen wir denn davon schon wieder meine güte was fehlt ja nicht wieder nein 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 ach mist ja mit anfeld schon wieder war ja ach man jungs immer so dass sie mit tanja her bekommt dröhnchen wenn ich würde es ja ich würde es ja laufen lassen aber naja gut ich meine theoretisch ist ja nur theoretisch wird ja nur mehr erfunden wie man der rest halt nennen 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 so soll das der restliche getan schmeiße ich erstmal hier oben rein oder sollte ich erstmal den anderen bohrer bauen hier den den gas boomster hier ja kommen wir bauen erst mal das ding schnell zweimal zu liebt also erst einmal die ein iridiumstab ich werde wir machen gleich zwei iridiumstab ich dachte wir brauchen jetzt zweimal leiterplatten ja zweimal leiterplatten und halt und hier ja genau hier so ich würde sagen ich lass mal die hier stehen die da stehen da hinten war ich nicht hier auch mal bohrer hingesetzt ich baue die damit er hätte ich baue die mit dahin wir müssen darüber genau dann knall ich die gleich hier mit drauf oh wo kommt denn der baum mit mal her das sieht ja aus egal kommen wir setzen den hier mit hin oder stört er kein und den zweiten gleich daneben wir bieten an angebot ist ist sauerstoff nehme ich mal an war noch irgendwas aber noch mal habe ich hier alles drin ja genau sie ist habe ich habe ich die ganze habe schon gemacht so menschen ist denn das hier dass das genau als priorität 1 natürlich und hier genau das gleiche angebot bis und das priorität 1 subi guti denn ab zum portal ich hoffe was hat noch gültig ist da mit den drei dingen hier so warte mal halt 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 ne moment ich muss noch essen mitnehmen ich kleine ich weiß ja nicht was dann was uns von drüben erwartet erst mal nämlich die ungewöhnliche raus hier die samen bringe ich fix rüber zur küche weil er wenn ich schon dann fliege ich doch jetzt hier nicht mit ach das sind ja die samen nach weil ich bin doch blöd ich habe ich denn so viele samen drin ist auch mal quatsch das mail und mail haben wir natürlich noch keine und eisen haben natürlich auch nichts mit ach man ist denn aber ich hasse dass wenn so viele sachen sind ach komm wir kloppen das ist hier mit rein kommt jetzt habe ich noch zu voll ich darf es nicht vergessen so zurück obwohl ich hätte auch in meine müll in meine müllkiste schmeißen können das vergesse ich nicht so wird nämlich mir jetzt mit ich nehme dreimal essen mit ich nehme mir dreimal wasser mit ja und das reicht ja gut dann bin ich leer dann lassen wir uns mal jetzt zu einem frack fliegen da habe ich ja mal erwartet mal ich mich grad noch was ein ich wollte mir noch was bauen aber wieso habe ich kein wieso habe ich keinen mikroschip kompass in meiner tisch den hatte ich doch mal hatte ich dir noch nie drinnen sagt man doch moment mal den weg noch mal schnell bauen silizium magnesium aluminium aluminium 1 2 silizium wieder vergessen nach magnesium dann hat man doch eigentlich einen kompass oben ich bin mir sicher dass ich den schon mal hatte na guckt genau das hatte ich doch schon mal da oben mit norden osten süden westen so jetzt aber dns sondern wir hoffen dass alles noch so geblieben ist ja ist es und kann ich auch zu welchen fliegen wir denn kommen viele zudem star geht lässt grüßen gehen wir mal durch geil man hier hat bauen könnte ach sie hätte immer mitnehmen sollen das sieht ja geil aus so weit hat mal wir gehen da raus und gehen richtung norden weil ich das soll ja eigentlich der immer noch der gleiche planet sein oder aber worum haben wir denn nichts so eine schönen bäumchen oder jetpack funktioniert das finde ich super das sieht ja hammer aus stell dir mal vor in naher zukunft oder irgendwann mal irgendwann mal leben müssen wir mit solchen pflanzen leben hier zuerst hatte man bestimmt angst oder so eine bäume und pflanzen hier die mit mal wenn man dazu aus manchen filmen kennen dass die mit mal ein wegfressen man erzählt was denn das hier hier gibt's wasser aber wer weiß ob ich doch rauskommen würde ich das schon wieder so haben wir hier die raumschiffe gerade gefragt sondern schauen wir mal dann bin ich mal gespannt mal die dinge arbeiten sogar noch oder so denke ich mir runter so diesmal werde ich mir aber nur sachen mitnehmen die sinn machen wenn ich schon mal hier bin cool also die kisten lasse ich auch alle hier liegen weil ich will nur wichtige sachen mitnehmen ich mache hier wieder ein auf zerlegen vielleicht kann man hier wieder eine wand weil ich bin mir sicher dass ich in einem raumschiff so eine wand zerlegt habe guck mal ich krieg nicht mal das eisen was das ist ja frech nee warte mal wir bleiben erst mal auf diese etage ach ja ich kriege kein eisen damit ich hier nichts bauen kann oder kann ich die kiste zerlegen doch und dieses eisen kriege ich mit aber ich darf hier nicht bauen ok die anderen was ich aber stehen hier nehme ich nicht mit so wartet mal von da bin ich ich glaube ich bin ich bin doch noch gar nicht geklettert oder ach nee das ist ja gar keine leiter hier das ist ja ja von hier bin ich gekommen genau da bin ich hier rum ne scheiße wo bin ich nicht erst lang gelaufen die ganze zeit oh gott ich verlaufe mich hier was war denn das eben ach so ich gucke in die wand deswegen all der fall da habe ich mir geschrocken ich dachte meine lampe ist kaputt das ist die nächste kiste 500 teratokken auf jeden fall einer das brauche ich nicht das brauche ich nicht kommt das kann ich mir alles selber herstellen denn quatsch brauche ich nicht das weswegen sage ich ja ich nehme nur das mit was wirklich gut ist teratokken nimmt keinen platz weg weil das kann ich mir das alles selber herstellen noch mal 100 noch mal 100 so wie das zum beispiel ach du scheiße müssen wir jetzt jedes mal so ein raumschiff hier um die anderen quatsch zu finden warum ne mal 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 da hat der postbote zweimal geklingelt nein quatsch hat der postbote geklingelt muss ich mal kurz an die tür immer durch hier und deswegen kann ich jetzt hier hoch gehen da möchte ich durcheinander gekommen war ihr guckt euch mal diese ganzen gänge ja ja gut ich bin ich die ganze zeit in den norden geladen ich finde ich wieder zum portal und die sitzkisten sein oder was soll oder sind das bier fesse wir reingekommen okay ich denke mal hier sind wir reingekommen wer weiß ob man hier alles findet das spiel will mich doch rollen oder was so ich werde aber trotzdem noch einmal durchlatschen zur sicherheit weil ich will hier nichts vergessen weil einmal ein quatsch haben wir jetzt gerade mal gefunden was wichtig ist deswegen fahren wir fliegen wir hierher aber ich denke mal dass die guten sachen wenn man wirklich noch irgendwas gutes findet wird man bestimmt dann finden wenn man die anderen quarze hat denke ich mir keine ahnung ob ich hier schon gewesen bin das sieht aber alles gleich aus ne ich glaube hier waren wir auch schon naja das kann ich mir alles so herstellen muss ich jetzt nicht mitschleppen algen da bräuchte bräuchte spiel und das ist alles für mich sinnlos aber vielleicht gibt es hier noch ein raumschiff also ich denke mal dann haben wir hier alles durch ja dann können wir theoretisch ich glaube da geht es schon los ich glaube die ganze zeit im kreis ich finde den ausgang nicht hier waren wir ja noch gar nicht ja ok da waren wir doch schon geil drei tresore ich gehe im stock drei tresore b na toll und ich kaufe mir das ding 5000 herr und ich kaufe mir dieses teil für 16.000 6.000 dann kann ich theoretisch verkloppen wieder hier geht es weiter 100 100 100 100 1000 5000 guck mal hier was wir schönes haben ja komm den nehmen wir mit ach komm den nehmen wir auch mit scheiß drauf ach komm die leider nehmen wir auch mit 100 500 und haben wir den blauen quatsch und noch mal ein so ein teil ich glaube es nicht aber das hat sich gelohnt hier wenn ich jetzt hier durch ob jetzt hier noch nicht noch ein tor drin ist weil ich habe ja zwei oder 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 hier ist noch ein oder hier ist noch ein raumschiff noch eine karte also entweder sind hier noch ganz viele raumschiffe die herum liegen oder ich laufe jedoch die ganze zeit im kreis und hier ist noch irgendwo ein türchen zum aufmachen so wie hier zum bleistift oder das fällt irgendwann zusammen hier trinken tue ich gleich was aber erst noch warten ja hier war er war mir eben noch eine karte oder ich habe hier schon mit ihm und übersehen mit dem zerlegen werkzeug aber hier war ich ne ein halt so rum ja hier war ich drin ja ja weil ich möchte jetzt nicht unbedingt raus wenn ich nicht weiß ob ich alles hier schon habe ach man ich laufe schon wieder im kreis warte mal habe ich hier die wände abgecheckt naja hier ist nichts zum zerlegen denn er hier ist nichts diesmal glaube ich hier lang ok jetzt bin ich wieder an dieser kiste hier ja da war ich schon ja hier war ich auch ich krabbel schon wieder jede kiste zweimal an mutti ich fährt nicht mehr raus ja ich trinke gleich was warte shit wo ist denn jetzt der ausgang bin ich runter gegangen bin ich leider eingestiegen da war ich auch schon ach Mist ich habe mich jetzt total verfranz jetzt habe ich mich total verfranz das fängt nicht mehr raus oder geht das doch hier raus bitte lass es hier raus gehen ich will raus ja hier geht es raus das war ja die erste kiste hier genau ich glaube ich glaube hier geht es raus ja genau hier sind doch die geräte aber ich wollte noch gar nicht raus ich wollte hätte doch noch den anderen gang hier ich bin doch da lang gelaufen vielleicht sollte ich hier nochmal ganz kurz hier sollte ich noch mal ganz kurz gucken weil ich glaube hier war ich noch nicht ok dann war ich jedoch schon dann können wir jetzt raus hier ach schlott so theoretisch achso portal schließen was passiert wenn ich jetzt das portal schließe bin ich denn wieder bei mir zu hause oder mal so groß sieht das Raumschiff gar nicht aus ne ich kann sogar trinken hier da bin ich ja sowas von begeistert ok tauchen kann ich ja nicht ich denke mal ich denke mal hier haben sie eine ah hier haben sie eine Alphawand hingebaut ah nee bitte keine Alphawande nee komm ach hier kann ich weiter fliegen aber da war gerade eine Alphawand das ist ja komisch hier ist wieder eine Alphawand ah nee dann hätten sie lieber Felsen hin kloppen sollen aber Alphawände sind blöd aber er sieht trotzdem geil aus hier könnt ihr sagen was war da eben da da liegt was ne jetzt im Kreis geflogen oder ist das das hat ein anderes ne hier nicht die Kiste das ist ein anderes komm ich hier rein ja ich hab ein weiteres Raumschiff gefunden oder ist das gleiche ich glaube das ist ein anderes das nehme ich mit und den quatsch braut mich denn das ist doch ein anderes raumschiff geht jetzt schon wieder los wie gesagt wir nehmen nur das wichtige mit den ganzen rest lassen wir hier liegen das ist alles quatsch so da bin ich reingekommen da war ich schon da geht es hier runter das raumschiff sah eigentlich gar nicht so groß aus hoffe ich das lasse ich erst mal noch da stehen das lasse ich auch erst mal da stehen oh gott nein echt jetzt auch kommt hört auf wie mit euren 5000 sachen hier von da bin ich gekommen hier kann man nix zerlegen naja hier ist nichts ich wollte gerade sagen was ist das weiße hier ok das lasse ich auch erst mal da stehen um gottes willen sind das hier gänge ich gehe ne das wird doch immer bekloppt hier mit den gängen um mich die sachen runter geflogen nehmen und auch von hier bin ich gekommen ne warte brauche aber noch hier wieder schränke für diese ganzen chips das heißt ich muss dann immer die chips mitnehmen ja wenn ich unterwegs bin 100 100 100 500 nämlich die mitte ja komm wir können die ja zur not immer noch wieder hier lassen 100 100 100 500 mutter ging das brauche ich nicht noch mal energie ach nee warum habe ich mich den scheiß bloß gekauft warum habe ich mir den scheiß bloß gekauft wer weiß ob man diese ganzen karten überhaupt alle braucht vielleicht haben die bloß so viele karten hier steckt damit man das stelle findet und was dann noch ein schub drin oder hier liegen das so viele raumschiffe meine güte da ist nix drin wir kommen auch gar nicht rein was ein sehr 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 seltsam ich glaube schon wieder in den gleichen raum kann das sein aber da war ne warte mal da wollte ich rein weil ich habe ja gesagt das lasse ich erst mal stehen oder ist es dieser raum wo es von hinten hier guck mal das ist doch hier oh gott alter falter 5000 100 300 mehr nehmen nämlich nicht mit das das bleibt hier so legen kann ich auch nix wieder runter also geldmäßig hat sich das auf jeden fall richtig gelohnt hier glaube ich verlaufen schon wieder hat er mal kann man nicht die jetzt könnte man noch mal die vater mal eigentlich sollte immer seine fackel mitnehmen ich habe dann nämlich noch nie rausgefunden wie man das benutzt ich hätte man über aliens sich damit ein weg markieren können dann sagt man hier fackel hingeschmissen hier war ich schon was für ein sturm ich bin der meinung dass wir alles durch haben ich glaube ich immer noch durch die gegend hier